Hey liebe Küche, was kochst du mir? Eine Pfanne mit den Resten oder etwas Gesundes mit Reis. Die Karten der Freunde kleben vorne am Kühlschrank drauf. Die Magnet aus den Ferien und der nächste Termin beim Arzt. Ich schaue so ein bisschen um und ich schaue so ein bisschen da. Am Morgen bin ich müde, am Abend kann ich nichts anfangen. Was mache ich ohne Koche, ohne Gläser und ohne Geschirr? Es ist der wichtigste Raum in der Wohnung, der Ort wo alles geschehen kann. Hey liebe Küche, deine Wärme zieht uns an. Wir hocken rund ums Tischli. Es ist gemütlich so nach denen. Ich schaue so nach denen. Was haben wir da drin gefeiert? Ja gelacht, trunken, gesungen. Manchmal so richtig gekehrt. Bis die Äuern sind umgeflogen. Wir haben deine Wände. Hätten deine Wände auch Augen. Sie hätten vieles gesehen. Auf dem Tisch hätte man nicht nur gegessen. Nein nein, noch ganz viel mehr. Der Backofen, eine schwarze Kiste. Er stinkt und macht viel Lärm. Pizza aus dem Denner. Passt wunderbar der Drei. Die ziemlich ideale Koche. Ist nicht gross, sondern eher klein. Einfach genug Platz zum Verweilen. Einfach genug für dich und mich. Hey liebe Küche. Deine Wärme zieht uns an. Wir hocken rund ums Tischli. Es ist gemütlich so nach denen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020